Moderne Futtergewinnung Mähen, Aufnehmen, Häckseln in einem Arbeitsgang Mühelos und Zeit sparen Ohne Qualitätsverluste Und unabhängig von der Witterung Transportabel, deshalb in Feldnähe aufzustellen Der neue Grünfuttertrockner Klaas Apollo Kurze Fahrzeiten, wenig Leerlauf Schnell ist das Grüngut dort, wo es verarbeitet werden soll Ebenso schnell und ohne Handarbeit wird entladen Vom Rapido über Förderband in den Vorratsbehälter des Apollo Ob Gras, Klee, Luzerne oder Mais Im günstigsten Schnittzeitpunkt mit geringsten Verlusten eingebracht Das gibt Futter höchsten Energiegehalts Der Fahrer macht alles allein Mähen, Abfahren, Trockner beschicken und gelegentlich kontrollieren Hier hat er Zeit Alles läuft automatisch Instrumente erleichtern die Überwachung Sofortstoppeinrichtungen verhindern Schäden an der Maschine wie am Futter Der Vorratsbehälter reicht für eine Stunde Zeit genug, um wieder neues Grüngut heranzuschaffen Die genau dosierte Beschickung, automatisch geregelt, ist Voraussetzung für gleichmäßige Trocknung bei hoher Leistung Schonend wird getrocknet im neu entwickelten Hochleistungstrockner mit automatisch geregeltem Brenner Zentrale Kraftquelle des Klaas Apollo, ein stärker Dieselmotor Zweieinhalbtausend Liter Wasser verdampfen stündlich Hier im Abscheider werden Luft, Dampfgemisch und Trockengut voneinander getrennt Eine eingebaute Strangpresse formt das lockere, voluminöse Trockengut zu Briketts Jetzt endlich ist die viel diskutierte Heubriketierung für die Praxis möglich geworden Mit einem Mann in geschlossener Arbeitskette vom Halm zum Briketts Höchste Futterwerte bei denkbar geringem Aufwand Wirkliches Qualitätsfutter in Raufutterstruktur, formbeständig durch dauerhafte Verdichtung, ein Schüttgut mit hohem Raumgewicht So wird Heu zur Verkaufsfrucht, zur Handelsware So kann Grünland Gewinn bringen, auch ohne Verwertung über eigene Viehhaltung Die abgekühlten Briketts werden auf beliebige Wagen gefördert, deren Tragfähigkeit sich voll ausnutzen lässt Briketts brauchen weniger Transportraum Auch im strömenden Regen wird weiter geerntet, ohne Beeinträchtigung der Futterqualität Problemlos zu transportieren, problemlos zu lagern Und problemlos zu verfüttern Das sind Vorzüge der Apollo-Briketts Wahres Kraftheu, von höchstem Nährwert Ein wirtschaftseigenes Energiefutter für Milchkühe, Mastvieh, Pferde und Schweine Das ist moderne Futterkonservierung Wirtschaftliche Einmannarbeit, unabhängig von der Witterung Beste Futterqualität, hohe Fleisch- und Milchleistung Durch den Grünfuttertrockner Klaas Apollo Das ist moderne Futterqualität, hohe Fleisch- und Milchkühe, Mastvieh, 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 Mastvieh. Untertitelung des ZDF, 2020